Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat der Pädophile King Oli einen neuen Song rausgebracht. Das Ganze diesmal nicht auf YouTube, da ja seine ganzen Accounts gelöscht wurden, beziehungsweise ja von YouTube entfernt wurden. Er hat den ganzen Song jetzt auf Spotify hochgeladen. Ich muss ganz kurz schauen, wie der Song heißt. Ihr habt es schon vergessen. Der Song heißt King Oli Millionär auf Spotify. Kann ja nur schlecht sein auf jeden Fall. Und ich habe gehört, der Junge ist 23, also der sieht doch aus wie 16. Schreibt mal in die Kommentare, ob der wirklich 23 oder so ist. Kranker Typ. 23. Also der sieht doch nicht wie 23 aus, mal ganz ehrlich. Naja, also der hat hier den Song auf Spotify hochgeladen. Ich würde mal sagen, ihr hört den euch an. Ich mache es auf jeden Fall nicht. Ah, Spotify, Oli. So, Millionär King Oli. Ich würde mal sagen, ihr hört euch den Song einfach mal an. Wie scheiße der ist. Und ich hole mir so lange was zu trinken. Ich will der Lambo anbaunen. Und ich flieg. Sch Jaime Oli. So, muss doch gar nichts anderes. Ich versuche was zu drinnen. Ich bin schon Millionär, also was will ich noch mehr? Ich bin schon Millionär, gib mir deine Lieder her. Ich bin schon Millionär, also was will ich noch mehr? Ich bin schon Millionär, gib mir deine Lieder her. Boah, das kannst du ja nicht weiter reinziehen. Also ich hab hier auf jeden Fall mir einen Eistee gegönnt. Elephant Bay. Der eine oder andere kennt es als Melonengeschmack. Ähm, deutlich interessanter als das Lied, was ihr gerade gehört habt. Der Track ist ja auf jeden Fall, ähm, ja, zugelungen auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob man den eigentlich auch auf Spotify melden kann. Ich meine, er hat ja kein Bild- oder Videoclip da in Spotify eingefügt. Wird relativ schwierig. Aber wir hoffen, dass der Junge auf jeden Fall nicht in bzw. auf der Plattform YouTube zurückkommt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, Artikel 13 kommt. Und Peace.